Man denkt ja immer so, Versicherung ist ja eh recht staubig schon vom Thema. Recht verstaubt, nicht recht staubig. Und die Allianz als so großer Konzern ist ja auch nochmal so ein Block, der ja geprägt ist von Hierarchie und allem. Das könnte man denken, wenn man da reinkommt. Und dann komme ich aber in einen Konzern, wo super viel Wert auf technische Weiterentwicklung gelegt wird. Auf Weiterentwicklung in Data, in Analytics, in Pricing. Also auf Sachen, die die Königsklasse in unserem Studium waren. Also nicht das wie, ich lese mal ein Buch, sondern das, was wirklich schwierig ist. Und das fand ich sowas von gar nicht verstaubt, sondern das fand ich sowas von dynamisch. Und genau das, was unsere Welt ja interessiert. Und das interessiert auch uns in der Allianz. Und da war ich dann sofort gecatcht von diesem Neuen, von diesem Wandel, den ich auch in mir drin fühle. Also ich habe genau diesen Wandel und dieses Interesse nach dieser Neuen Welt total in mir. Und das heißt, ich habe gelernt, dass die Allianz von innen ganz anders ist, als wie man von außen vielleicht denken könnte. Und das war mit dem, was die Autohinitung. Untertitelung des ZDF, 2020